Hallo Leute, heute möchte ich euch mal diesen kleinen Computer Raspberry Pi vorstellen. Ich habe ihn gerade per Post bekommen und soweit schon ausgepackt. Mal schauen, was alles dahintersteckt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 So Leute, Projekt Magic Spiegel fertig und jetzt was euch überraschen. Ja. Drei Wochen Arbeitszeit inklusive Spiegel inklusive Rahmen inklusive Computer und so weiter. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.